Wer Moto Guzzi fährt, freut sich natürlich auch über viele schöne Accessoires aus der Moto Guzzi Zubehörlinie. Ich habe mir deshalb Moto Guzzi Handschuhe besorgt. Leichte Sommerhandschuhe, Innenleder mit Knöchelprotektoren steht ganz cool Moto Guzzi drauf. Also ein Japaner kann jetzt nicht mehr fahren. Die Jacke ist irgendwie für mich ein Dauerproblem. Im Sommer ist es sehr sehr heiß. Es gibt jetzt von Moto Guzzi Jeans Jacken, die mit Couture verstärkt sind. Das heißt Motorradfahrtaugliche Jacken mit Protektoren, Ellbogenprotektoren, Schulterprotektoren und auch ein Rückenprotektor ist nachrüstbar. Ich würde sagen, das ist so ziemlich das Minimum, das man anziehen sollte, wenn man im Sommer Motorrad fährt. Auf Wiedersehen!